Servus! Heute zeigen wir euch, was der stärkste Bannstall der Welt mit der zartesten Versuchung seit der Schokolade zu tun hat. Mit Hilfe dieses funktionsfähigen Modells eines industriellen Stanzautomaten, diesem Bogen Kartonage, meinem Assistenten Sir Stanzelot, aber vor allem mit diesem Mann, Karim Jabi, Experte aus der Abteilung Rill- und Schneidlinienfertigung, werden wir eine praktische, quadratische und gute Verpackung für dieses köstliche Kakao-Produkt schneiden. Servus! Damit die Schokolade im Mund schmilzt und nicht in der Hand, benötigen wir für eine intelligente Verpackung ein Stanzwerkzeug. Dieses beinhaltet Schneidlinien zum Heraustrennen und Rill-Linien zum Biegen und Falzen. Beides fertigen wir für unsere Kunden am laufenden Band und in allerhöchster Präzision. Das passiert normalerweise in Millionen Stückzahlen und vor allem im Lisekotentakt. Jetzt muss nur noch gefaltet werden. Wir haben hier schon eine Kleinigkeit für Sie vorbereitet. Liebe Schokoschnitten und Schnittmeister, liebe Falterinnen und Falter, Sie sehen, für die einen ist es nur ein Stahlband, für die anderen ist es das längste Stanzwerkzeug der Welt. Also, des Weltmarktführers. Fösteralpine, Rissischenstrahl. Fösteralpine, Riss Jesus,föster Glosser, Rissischenstrahl. Vier 200 Risschenstrahl. Fösteralpine, Risschenstrahl. Vielen Dank.